Ich sitze hier im Zuschauerraum des wunderbaren Konzerthaus Bleibach. Wir haben ein Programm aufgenommen mit verschiedenen Vertonungen von Gedichten von Friedrich Rückert. Friedrich Rückert war eine sehr interessante Persönlichkeit. Einerseits war er, ich würde fast sagen, Universalgelehrter, aber vor allem auch uns heutzutage bekannt als großer Dichter. Auf dieser CD werden Kompositionen sein von einerseits bekannten Komponisten, Richard Strauss, Gustav Mahler, Franz Schubert, Schumann, aber auch Kompositionen von zumindest heutzutage nicht mehr so bekannten Komponisten. Zum Beispiel Wilhelm Kienzel von einer Baroness Rothschild. Franz Liszt ist jetzt kein Unbekannter, aber vielleicht ein Stück als solches nicht so bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017